mit dir zusammen oder beitreten ich lasse uns mal den da unten bei den da unten ja den auf der anderen merken sind mehr okay war hier wir jetzt nicht nur bei lucky wer ist wer ist alles auf einer karte ich bin mit drin ist voll gut dann versuche ich mal aus weit zu kommen gleich aktuell sind zu voll wir sind nebenbei dann weiter so jetzt mal outfahrt und dann ist voll machen wir ja weiter mach jetzt auch erstmal weiter mal wieder zu irgendwem konnte ich jetzt gerade zu uns zu locken genau holen mir und hier habe ich jetzt die sparen immer wieder und fertig so ein bisschen links und rechts kommt noch drauf zu die Künftliche Kombination. Sie gefällt mir. Blut bringt Wanderer. Die Kreis, ich habe euch gefehlt. Inferno! Spürt das alles! Da müssen wir schon hervorrufen schlagen. Die Stärke des Rudels. Beeindruckend, der Fenchmung und Ozean. Ja, das ging doch gut. Ja. So, jetzt hier oben rumfliegen. So mit dem Special Action Key und Einfall. Genau, die den Toren immer hinterherrennen. Eigentlich sind sie total leicht zu finden, aber... nicht, wenn sie sich so blöd anstört. Oder so wie ich. Nee, nee, nee. Eigentlich musst du immer nur eins mal finden. Ja, dann sieht man... ...eigentlich auch die anderen. Oh, erfolgreich, ohne was zu machen. Geil. Danke euch. Man muss auch nicht immer draufkommen, man muss ja echt nur... ...pok den her, weil... ...anpoken ein bisschen. Hey, komm, so. Ja, aber läuft gut. Erfolgreich. So, was kommen wir jetzt? Die Stiele zerstören. Ja, ja. Wissen ist Macht. Blitz, start! Blitz, start! Blitz, start! Ich bin schneller als ein Kentauer. Ja, ist eigentlich ganz kurzfallig, ne? Jo. Hm. Jep. Oh, bin zu weit. Hey. Und jetzt große Kissen. Ah. Ja, ist true. So, in zwei Minuten kannst du es wieder machen. Nur eine weitere Bestätigung, wie Gov. Ich habe jede Menge Zeit. Man könnte doch auch in der Arena bleiben, ne? Ja, ja. Dann können wir hier bleiben und weitermachen. Ja. Ah. Okay. Aber muss man auch unbedingt. Anderer versteckter Platz. Zeit, echten Schatten anzurichten. Okay. Rennen fängt bald wieder an. Ähm. Ja. Da kannst du einfach, wenn du hinab, dann kannst du da auch nicht voll. Stimmt. Könnte man jetzt noch mal machen. Ja. Ja. Wie dreimal am Tag rennen, dann gibt's immer auch so. Ja. Und wie gesagt, wie beim letzten Mal, du kannst ja, du musst nicht aufs Rennen warten, du kannst auch hier bei dem Rennen veranstalter rennen, dann brauchst du. Ja. Kannst du einfach bei dem auch machen. Wollt ihr nur ein Rennen machen, oder was? Ja, ja. Aber diesmal mit Mauna. Ich würde jetzt mit Tärchen. Ich möchte auch so ein Holzpferdchen haben, wie der Skritt. Bye. Wie geht's? Wie geht's? Fünf, vier, drei, zwei, eins. Nicht so früh starten. Ja, ja. Ich bin zu früh. Ja, dann mit ihm an ihn anstecken. Nochmal. Gut, wenn mir gefällt, was ich sehe, zahle ich mal. Ah, nicht gegen Mauern laufen und Laternen. Gott, wo habe ich meinen Raptor-Führerschein gemacht? Fuck. Nein. Ich bin drüber und weggesprungen. Schon wieder. Boah. Cool ist, wenn du mit so einem Düsseldien Rollkäfer in so einen Fahrstuhl rindfährst und dann ganz woanders rauskommst. In dem einen. Ja. Oh, okay. Okay. Och住. Wie haben wir. Oh. Ach. Und. Ah. Oh. Ah. Oh. 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 Okay. Ach ja, jetzt hier scharfe Kurve und dann Slalom. Nun 30 Sekunden und Ziel für Erfolg. Hast du Gold mit recht? Alle drei tun? Äh, ne, das glaube ich jetzt gerade nicht. Ach so, das gibt's nur, wenn man den direkt anschaut. Nein, ich glaube, wenn man es das dritte Mal macht, ne? Ne, wenn ich den einmal am Tag anspreche, ja. Wenn ich den einmal am Tag anspreche, dann kann ich doch hier so einen ganz normalen Run machen. Dann hast du doch Bronx über Goldtour. Beidruhen. Beidruhen, okay. Ja, äh, wenn du, wenn du das Renn-Event machst. Ja. Haben wir jetzt noch ein Renn-Event gemacht, oder? Ich hätte mal ein Renn-Event gemacht. Ich habe irgendwie so ein Mini bekommen. Yeah, yeah, yeah. Genau. Keine der Thron-Fühlzeit. Ich bin schneller als ein Centaur. Was haben wir denn hier? Ihr müsst euch im Kampf bewähren und Gewandtheit beweisen. Eine Herausforderung hier an der Tür. Aktivität. Himmlische Herausforderung. Wollen wir das mal probieren? Na, das ist ja das, was wir gerade gemacht haben. In der Halle. Ach, das ist das Gleiche. Ah, okay, ich sehe. Okay, ich dachte, das wäre vielleicht eine andere. Ne, das ist dann hier drüben dieses Drachengepolter oder Drachenball-Arena. Händler, Händler, Händler. Drachenball. So seid ihr wieder am Dings. Achso, 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 achso. Bei der Drachenball-Herausforderin. So, willst du rein? Ja, geh doch mal. Warte, 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 ich habe noch leider Bildschirm. Ah, gerade geklickt. Ich gehe fest davon aus, dass wir so rot und blau sind, ob wir dann nur in dieselben Teams kommen. Ja. Bist du denn? Wo wart ihr denn drinne? Wenn du die Treppe runterkommst, links ist dieses Drachenball-Event. Von der Wegmarke runter, links. Ja. Links. Oh, ich bin mit Olli in einer Gruppe. Ja. Ich verstehe da, ich bin noch nicht ganz, aber... Na, du musst sie anders Fabian töten. Nur Zielen habe ich gerade. Ah, da kann man sogar anvisieren. Hier liegen blaue Murmeln rum, so wie Nebel. Die füllen dein Leben auf. Und andere bunte Kugeln, davon kriegst du Waffen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. Ratte Vermietung. Ah, scheiße. Da habe ich mich verdrückt. Oh, ich habe irgendwas abgeschlossen. Yeah. Sehr schön, läuft bei dir. Ja, ich habe nichts gemacht. Ja, jetzt habe ich sie gefunden. Eine halbe Stunde später, aber okay. Ach, das ist das. Boah. Ja, Olli ist ja voll der Mörder bei dem Spiel hier. Hä? Oder? Ich habe keine Ahnung, was ich den letzten Mal getroffen habe. Ich bin auch noch gar nicht gestorben, aber ich finde auch keine Gegner. Ich bin ein wunderbarer Karnickel. Das ist ja der Hammer. Das ist ja der Hammer. Boah. Gut abgesprochen, die Leute. Echt? Die Gegner. Aha. Hat mich gekillt. Oh. Hälpum bestimmt. Yes. ja doch hier zwei auf einen da bist du scheiße hat er aufgenommen Ja Die Pocken warten doch Jemand hinter dir Den musst du wohl übernehmen Ja Tatsächlich Scheiße Aber wir haben gewonnen Ja Oh yeah Miserabler Punktzahl Von der Seite Es sollte Boni geben müssen Für sterben nicht Ja Ich glaube dreimal das Spiel machen Und zweimal gewinnen Das sind die Tageserfolge Aber man muss es auch mögen Also Bist du aus PvP, wa? Ich war jetzt noch drin Aber jetzt sind wir in anderen Gruppen Ja Warum komme ich jetzt nicht raus? Na, weil Das Spiel Jetzt erst begonnen hat Hm, vier Kills Vier von fünf Also der Meister hat fünf von uns Oh, die anderen haben vier Jetzt sind elf Neun, neun Spielen wir gegeneinander, Olli Habt ihr gerade sterben sehen Tötet ihn Nein, das war ich nicht Tötet ihn Ich hab das Gefühl Die Gegner schreit Tötet euch Die Gruppe ist viel größer Wir machen jetzt mal einen Cut Und dann gibt's Rache Bis dann Tötet euch Vielen Dank.